Tschüss. Nein, auf keinen Fall. Den schneiden wir jetzt noch nicht mehr rein. Hey Freunde, willkommen zu Rocket League. Ich hab vergessen zu boosten, hab ihn gekriegt. No, tschüss. Nein, hab ihn nicht mehr. Habt ihr den Typ nur verwirrt? Nein! Warum warst du hier neben mir? Weil da der Ball war. Ja, aber ich war da doch auch. Warum wartest du mich in der Mitte? Ich wollte ihn ins Tor machen. Ach so. Ich wollte ihn direkt machen. Oh, falsche Richtung gelingen, scheiße. Hängekacke. So, dann wollen wir mal wieder anfangen jetzt. Mal rein, Jarek. Mal rein! War auch nicht. Ich hatte keinen Bock. Ja, drehen! Toll, und dann kriegst du ja einen schönen Abpraller. Schöner Abpraller, der war voll lang genug. Da musste ich voll lang aber warten. Ja, ich hab genug, dass ihn so weit unten angenommen hat. Gut, dass er da einfach so scheiße hochkommt. Er hat echt einfach nur bullshit. Er dachte sich Braggdance. Ja. Habe ich doch ab und zu. Naja. Das war ja kacke. Oberkacke. Hm. Jannik. Oh. Das war... Genau so. Ja. Ach, da ist ja gar keiner. Scheiße, ich krieg den immer rumgelenkt. Du machst hier Scheiß. Ja. Dieser Huren. Mach dir den da, ey. Du siehst von ganz hinten nach vorne. Ja, guck dir das an, wie ich da... Ich warte. Man kann's nicht sehen, doch. Ich warte und zack. Ich hab einfach nur versucht, aus dem Weg zu stolpern, damit der eine von euch da reinmacht. Ich hatte mich auch schon vorbereitet, sogar zum Fliegen. Hätte zwar nichts... Wäre es zwar nichts geworden. Aber dann kommt der Typ von hinten und stört mich dann mal in der Konzentrationsphase. Ne, ich hab die ganze Zeit nach dem dritten Spieler gesucht. Bitte. Ernsthaft, Leute? Ja, ich dachte Patrick kriegt den. Ich hatte schon abgeschaltet. Ich hab Scheiße gemacht. Ja, ich auch. Ich hab abgeschaltet, weil du ihn nicht gekriegt hast. Habe ich... Zu spät. Warte. Nein. Scheiße. Vorbei. Ich komme. Warte. Gleich. Was soll das denn? Jungs, das macht ihr nicht. Ja, aber du sagtest nein. Ja, weil ich da grad am fungeln war. Ich war am tricksen. Ich hab nur die Typen... Ja, ja, mit dir selbst, ne? Noch mal mit dir. Ah, fast. Ich hab nur die Typen gewohnt. Der war dran. Ah, hier steht besser. Oh. Oder auch nicht. Da hätte nur irgendwie drüber gelingt. Sind das nur zwei? Naja, da ist einer grad geblitzt-dingst worden. Oh, toll. Da war ein Blitz, dann war er weg. Ah, okay. Wird schon verwundert. 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 Schade. Ich dachte, der lenkt den anderen ab. Töten! Oh, oh. Da kommt der andere. Oh, Ficker. Der ist dort drin! Oh. Ich weiß nicht, was ich tun soll! Ja! Ja! Ich blockier den wieder! Nein! Wie geht das denn, Alter? Ich geh mal! Jetzt mach ihn weg! Der andere ist aber mittlerweile wieder da. Hammer, ey! Der hat den einfach blockiert, ey! Ja, ich stand immer seitlich zum Ball irgendwie! Fuck! Ich bin tot! Was passiert? Egal, was ich gemacht habe, der Ball ist immer seitlich von mir aufgekommen! Das war scheiße! Ja! Der hat ja unten getickt, ey! Was war das? Achso, der hat... Ich wollte ihn eigentlich nur rum! Was ist denn los, ey! Ich mach mal einen Seitenwechsel! Wir sind ja schon färs-rückwärts! Vorwärts ist es langweilig! Nein! Okay! Ah, schade! Ich dachte, der lässt ihn durch! Nein! Was soll das denn?! Ich wollte gerade sagen, gut, dass die nicht treffen können! Ich wollte jetzt aber jetzt mal ziemlich oft aufschauen, weil er hat hier eine Sekunde! Und guck mal, wie knapp das ist! Guck mal, wie knapp das ist! Guck mal, wie knapp das ist! Oh, jetzt muss ich mal wieder was Vernünftiges machen! Krass, wir spielen schon... Wir spielen schon fast rum und Max hat immer noch null Punkte! Echt?! Hammer, ey! Wie schafft man sowas? Bleibst du den Ball die ganze Zeit fertig? Ja, ich hab keine Lust! Kriege ich den Ende von euch? Nein! Doch! Nein! Ich spiel... Ich spiel gar nicht mit! Nein! Ich spiel... Einiger Zeit... Oh... Mit Seitenwechsel! Ah, er hat mich gerammt! Ich spiel nicht wirklich mit! Oh Mann! Na, spiel der doch nicht da! Hörst du denn? Wird dir was mitgekommen oder blöd, wenn da noch einer kommt? Ja, ich wusste nicht, ob der da noch ankommt oder nicht! Jetzt dürft ihr wegspielen! Okay! Oh Mann! Komm ich an, ich mach was cooles! Ich hab ihn auch nicht von Heidi gemacht! Das war ja fast cool! Warum bleibst du den auf einmal stehen? Ich hab ihn abgewehrt! Gestriffen! Oh... Ich kam nicht mehr dran! Oh... Wow... Schieß ihn nicht rein, Max! Ich hab nichts gemacht! Du... Du nicht, mein Freund! Hä? Der Ball... Der Ball... Der Ball... Ich bin vor dem Ball abgeprallt! Ja, ich hab's gesehen! Sah gut aus! Oh... Der Typ ist auch irgendwie so ein Autist oder so! Oh... Das war voll krass! Ich springe und prall voll vor dem Ball auf! Und dann fällst du einfach nur so runter! Und der so... Also ich hab immer noch 0 Punkte! Das ist echt der Hammer! Mal gucken, ob du das ganze Spiel durchhältst! Ja, ich fahr jetzt gerade auf den Ball zu! Ich versuche den ersten Ballkontakt! Jaaa! Geil! Nice! Das ist der Killer hier! Ich hab ihn schon mal vorgelegt! Zack! Und nochmal ne Parade! Nochmal 50 Punkte! Ne 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 ne! Das macht Spaß dann aber um zu reiben! Jaaa! 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 Dann hab ich's noch die Vorlage dafür bekommen! Ich bin... Ich bin irgendwie trotzdem immer noch Erster! Musst du ja wenigstens... Braucht ja wenigstens ein paar Punkte! Ich kann doch die Punkte jetzt mal zählen! Und nicht, ob ich gleich in eine höhere Liga komme als ihr! Du bist einen unter, Max! Du bist eine Liga? Ja! Ja, war ich doch! Ja, das stimmt! Ja, das stimmt! Ja, das stimmt! Ich meine, ich bin ja auch gespannt, ob das jetzt irgendwas ausmacht vielleicht! Daaa! Fuck! Fuck! Da kriegt aber auch keins mehr! Wicken! 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 Oh ne! Ah ne! Er geht nur in Richtung! Einmal nur irgendwie mit Geweiter reinspringen! Na Katze, was sagst du dazu? Na Katze, was sagst du dazu? Ah, ich hab 49 Auto-Berührungen! Hammer! Wahnsinn! Und ich hab schon wieder 100... Kriegt man ans Erstplatzierte irgendwie trotzdem 100 Punkte noch dazu oder so? Weil ich hab jetzt schon wieder 100 Punkte am Ende dazugekriegt! Hm, ja, kann vielleicht sein, oder so. Weiß nicht! War noch nie aufgefallen irgendwie! Ja, auch nicht! Noch nicht! Ich hab meine Mausrat... 500! Ich glaub 570, oder meinst du? Oder so! Hm... Oder... Keine Ahnung! Naja, sauer! Du musst mich kurz zurücklehnen! Ja, hat man gehört! Ich komm mal irgendwann mit demnächst mit WD-40 oder so vorbei und schmiede ich den ganzen Stuhl einfach rein! Das war das ganze Zimmer! Das ist so krass, dass er so quietscht! Wir haben doch 50.000 Packungen Kettenspray! Kann ich das nicht, das ist noch besser! Was willst du mit Kettenspray? Das klebt viel zu sehr! Das klebt mehr, als dass es schmiert! Ich weiß nicht, dass das schmeckt! Wuhuhu! Ey, das klebt die Sau! Das ist ja damit, damit das nicht von der Kette abfliegt! Abgeblockt! Oh, er war auch! So, neue Spiel! Jetzt muss ich mich... Ja, 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 wir müssen erstmal wieder anfangen! Das war so schwierig von so einem lustigen Game, auf so ein Ernstes wieder zurückzuschalten! Das stimmt! Also auch, ich sag mal, nicht ernst, aber... Ja, ja, aber das war, dass man erstmal, äh... Ja! Da kommt der noch dran! Dich, geh weg! Musst du und ich mal kurz wieder runterschalten! Oh! Das ist echt der Hammer mit Yannick, ne? Da ist noch einer! Da ist noch einer! Fick dich jetzt! Weg! Was macht ihr da hinten? Ja, der macht nur Scheiß die ganze Zeit! Wiechen! Also du hättest den nicht mehr geblockt! Weißt du doch gar nicht! Ich konnte ja nichts machen, weil du mich die ganze Zeit wegdrückst! Ich hatte den jetzt aber auch machen können! Eventuell! Na, da war ich zu sehr damit beschäftigt, schneller hinzukommen! Weil ich Angst hatte, dass da irgendein anderer noch hinkommt! Boah, dann drückt der den dann... Du ich mich durch, ey! Okay, ich... Was? Ich fahr! Los, Max! Bring ihn! Na, versuch es! Hab ich! Okay! Oh, so! Er ist höher getippt, als ich dachte! Ich bin nicht da! Ich aber... Ich auch! Er hat daneben gesprungen! Es sah witzig aus! Schöne! Hihihi! Hihihi! Spaß dich! Ich hab immer Spaß! Mit des! Äh... Das ist doch ganz... Oh! Ich wollte gerade sagen, das ist meiner! Nein, ey! Oh, zu! Glaubst du, der war zu lasch? Zu muschimäßig meinst du, ne? Komm, Max, für dich! Den hab ich dir so schön vorgelegt! Ja, dann mach du den! Ah! Ich hab... Oh! Warte, wird sie ausgeschnitten! Ja, genut! Nee! Ups! Hab ich! Boah, was ein Ball... Was ein Ball in die Mitte! Boah, warte! Ey, komm! Das war jetzt... Das war jetzt auch ne Geburt, ey! Komm, der Ball war auch ziemlich Porno! Zack! Ich hätte davor schon zwei, drei, die ich hätte machen müssen! Ja, hätte... Ja, das stimmt! Ja, eine Fall vorm Tor, der war auf jeden Fall ein bisschen... Ja, und der gerade... Du bist nicht defensiv, defensiv, Mann! Okay... Was wird er mir sagen? Wenn zwei waren die defensiv... Hier kommt die defensiv, Mann! Muss ich jetzt sorry sagen? Oder was will der von mir? Ich glaub, der redet nicht mit dir! Weißt du? Klar, jeder redet mit mir! Fucker! Wo kommt der her? Oh, er ist von Ficker auf Fucker umgestiegen! Ich? Ja, ja! Ein bisschen Abwechslung muss sein, ne? Echt? Sei! Nein! Das ist mir noch nicht aufgefallen! Sag ich das öfter? Ab und zu mal! Oder fixer! Ich hab ihn doch irgendwie in die Mitte gebracht! Mach die! Hab ich! War da! War da! War da! Schön! Hab abgewartet! Ja, und alle fahren vorbei! Zack! Ich glaub, Yannick hat keine Lust mehr, weil er daneben gesprungen ist! Da konnte es Kratar, du, Fören, Lora, du auch nix mehr machen! Heißt du? Ja, so heißt der Typ! Achso! Das war jetzt cool! Das war ein guter Ball! Der geht rein! Nein! Scheiße! Der hat kein Typ angeflogen! Ich warte hier auf dem Fuß! Ach, ich hab schon vor dem Fuß! Jetzt kommt der Mittel! Oh, dann halt nochmal! Warte, ich versuch's nochmal! Bring ihn doch mal in die Mitte! Bring ihn doch mal in die Mitte, Patrick! Mitte! Oh, wir haben auch da! Doch nicht! Sonst hätt ich den gehabt! So, jetzt seid ihr dran mit Vorlagen! Ich hab jetzt genug gemacht, finde ich! Oh, der springt ganz schön weit vor der Wand ab! Ja, das ist ein bisschen blöd! Ich hab ne Gang da mal drauf! Ich übernehme mal kurz! Jupp! Man sieht's, dass ihr... Ich hab ihn verschluckt! Er hört auf zu fahren! So, jetzt geht's wieder! Oh, der bringt ihn selber! Ich hab ihn aber dann mal rüber! Ich hab ihn ja mal in der Spucke verschluckt irgendwie! Ja, man saß! Und hörte es! Ich hab mich versucht, ein bisschen wegzudrehen, wollte aber dann doch irgendwie weiterfahren und dann hab ich beides nicht hingekriegt! Oh! Nein! Da wollte ich ihn dies... Da wollte ich Janik diesmal machen lassen, ne? Und dann macht er da so'n Müll, ey! Dafür hast du dich aber ziemlich wenig wegbewegt, um mich machen zu lassen! Ich hätte auch noch mehr machen können! Ja, das stimmt! Boah! Ich dachte, es reicht, wenn ich ihn kaputt mache! Und du hast den falschen kaputt gemacht! Ah, ich merk das! Der ging schön aufs Tor, aber der Typ stand da noch! Joa, haben sie sich selbst behindert! Na, ich lass dich mal! Ah, der kommt ja noch dran! Ich bin nicht hinter deinem Ball hergefahren! Naja, ich hab ihn auch gar nicht gesehen! Ja, der ist so... Den krieg ich mit dem Fallrückzieher! Toe! Toe! Janik, schließt auf mit den Punkten! Ja, muss ja noch! Ein Steam-Artikel auf meiner Wunschliste ist im Angebot! Warte, du siehst, wo du wirklich spielst? Ja, mein Handy blinkt! Ich hab ne E-Mail gekriegt! Achso! Der guckt den ganzen Tag in den Shop beim Spielen! Ja! Der Ultra Pro! Mist! Er macht einfach alles nebenbei! Und was? Hallo, ich ziehe! Oh! Alter! Deswegen bin ich auch immer so abwesend! Du war alles Mist, meinst du? Ja, genau! Oh, der ist ganz schön abgebrannt! Oh! Na, der dachte, ich mach was cooles, ne? Ja, ja! Aber irgendwie kam da nichts! Rückwärts ein Tor machen! Hab ich schon! Oh, cool! Jetzt aber! Ich bleib aufm Rücken liegen! Yay! Ich bleib aufm Rücken liegen! Oh ja, Katschi, Katscha, Katscha! Oh, ich hab schon wieder gewonnen! Hey! Ich hab drei Reingaben gemacht und eine Vorlage! Ich hab ne ekelige Raketenspur bekommen! Oh! Nur ein Spiel noch! Dann sind wir gerankt! Ja! Ja komm, dann machen wir das jetzt auch noch, Leute! Hauen wir noch eine rein! Direkt hinterher! Direkt hinterher! Wenn wir, äh, quasi drei hatten! Okay, sagen wir zwei, ein Viertel oder so! Meine Batterie von meinem Controller geht langsam alle! Hä? Hast du nicht grad gesagt, du hast das Problem mit deinem Kabel? Headzeit! Ah! Ich verstehe! Ich dachte schon, du willst uns hier verarschen! Ja, klar! So! Gegen Nickelbeam! Achso, ich hab's ja als Nickelboy gelesen! Und, keine Ahnung, ganz langer Name! Hat mir nicht grad schon so ein CS? Keine Ahnung, Wurzel, Wurzel! Wann geht denn zu unseres? Zu unserer CS-Site! Oh, Achtung! Verzeihung! Jetzt muss man noch mal wissen... Ernst, kurz! Das kommt so mit, ich sag mal, das kann man ja, das fängt ja wieder neu an! Gut! Verzeihung! Ha! Nein! Nicht Mittel, er kam dran! Oh! So lasch! Egal, Max, es ist noch da! Ah, fuck! Ja! Ich wollte direkt aus Tor bringen! Doch, er mich weckendrückt! So! Ja, das steht auch da! Ja, das steht! Max wollte ihn wieder selber reinschlagen! Ja! Was laberst du für eine Scheiße? Ich hab extra stehen geblieben und hab ihn abgewehrt! Oh! Ich hab hier nicht! Hallo! Hab ich! Sehr gut! Sehr schön! Nein! Komm doch nicht an den vorbei an der Mauer von denen gerade! Oh, der geht? Ja! Jawoll! Und ich hab ne Vorlage gekriegt! Echt? Ja! Wann war ich denn da dran? Das letzte Mal? Weiß ich nicht! Wahrscheinlich als ich im Pult von zwei zerstört! Na ja! Die sind doch auf jeden Fall! Die fahren alle drei hinterm Ball her! Die ganze Zeit! Das ist doch zu unserem Vorteil! Ja! Wollen wir das ausnutzen? Ja! Ja! Und wir noch ein bisschen defensiv spielen! Na schön! Sauber haben wir extra die Drehung gemacht, damit ich den Boost mieten nehme und dann einfach da ice cold dran vorbeigefahren ey! Oh! Nicht richtig! Ich bin auf einem drauf! Ja! Geh du! Gut! 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 Ich übernehme! Merkt ihr schon! Was ist da los? Ah! Da kam die nur dran! Nein! Sorry Jungs! Das war blöd! Ja! Ja! Da kam ich auch nicht mehr dran! Nee! Nee! War mal einer! Ja! Zack! Das hat er erst mal vorbeiflitzen! Da müssen wir nicht mal so gesprungen machen! Nee! Ich dachte ich setze den einfach nur locker jetzt da rein! Ich hatte... Das ist nicht locker! Ich glaub den hättest du dann auch voll drüber gesammelt! Ja! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Ich geh zu schnell dafür! Hammer ey! Ich hätte aber... Das sah nicht so aus wenn er so nah dran der Typ! Ja! Ich bin ein bisschen weit! Ja! Ich bin schon auf die andere Ecke! Passiert denn hier! Da passiert doch was! Die sind voll brutal! Ja! Also auf jeden Fall quetschen die dann hier immer einen weg! Die quetschen richtig ein! Ja! Sehr schön! Schönes Ding! Ja! Ciao! Ich steh immer nur voll im Gedringel bei dir! Ich steh da auch immer nur... Ne... Die ganze Zeit ist eher nur ein Auto neben dir! Wenn ich BPC über seinen Namen lese und dann seh ich immer nur Penis irgendwie! Ja! Denk ich aber halt das nicht! Was? Nur das ist so kurz... Ja wenn das... Wenn der fährt dann ist das so verschwommen! Wobei... Wenn man nur so kurz da drüber liest dann sieht das immer aus wie Penis für dich! Das schon! Na gut! Okay! Oh! Oh! Er fährt... Oh! Oh! Nein! Den müsste meiner nehmen gleich! Oh! Konzentrierung! Warte! Ich bin noch da! Ich bin noch da! Ich bin noch da! Oh! Der ist ein bisschen hart! Ja! Ja! Was ist denn Fickheim? Nimmt der mit dem Booster weg? Ich hatte leider die Schwierigkeiten! Ich musste mich dann... Aber Max ist mittlerweile immer bei Fickheim gekommen! Ja! Der meinte... Ich lieg ja auf Rücken! Ich kann mich nicht... Okay! Er kommt bitte! Hat er schön gemacht der Typ! Mach ihn doch jetzt rein Janik! Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet! Komischen Trip! Was machen die denn hier? Die machen sich hier... Die... Die machen hier die ganzen Freude! Na verdammte Scheiße! Aber wir kriegen den grad nicht rein! Ja! Der kommt auch nicht dran! Ja gut! Ja gut! Hammer ey! Hammer ey! Ja ja! Ich wusste jetzt nicht ob du den gemacht hast oder ich! Ja! Ich hab dich noch mal gemacht! Warte wir waren da so ziemlich zeitgleich dran! Ja! In der Zeitluge siehst du es wenigstens! Aber das ist auch immer so nervig! Und dann hört man nach dem Tor die Zeitluge kommen! Geh rein! Das sieht dann teilweise sehr heftig! Wo gehst du hin? Ja ja! Oder deine Reaktion! Dass du denkst... Boah! Ich bin dir wunderschön einfach nur durch die Gegend geflogen ey! Wunderschön! Ich bin ja wunderschön! Schmetterling! Schmetterling! Guck mal! Merk schon! Ihr rastet voll aus! Ich hab nur 20 Punkte! Mach das Spiel quasi alleine! Scheiße! Jannik ist immer mir! Dann muss ich nochmal nachlegen! Zeit wird knapp! Oh! Schade! Die Gegner spielen gegen mich! Scheiße! Das war jetzt doof! Oh ich krieg mal wieder ein Item! Hab ich jetzt noch eine Krone? Warum hab ich noch mal die gleiche Krone gefecht? Ist schon ziemlich traurig! Das ist das einzige was die mal... Ach du kleiner Pustkopf ey! Weißt du? Das ist aber auch ungerecht! Warum ist der Silber 3? Alles klar! Der wird auf jeden Fall gesehen! Bin ich mal hier am Arsch! Du warst jetzt einmal! Dreck Liga 3 auch! Echt jetzt? Alter! Ich bin Silber 2 Liga 1! Ich bin Silber 2 Liga 4! Mann ey! Was geb ich mich eigentlich mit euch ab ey! Ich bin echt ziemlich schlecht anscheinend! Ja du bist voll kacke! Ja Freunde! Jetzt wurden wir gerankt! Und jetzt kannst du weiter gehen! Wir hoffen wir sehen euch auch in der nächsten Folge! Bis dahin! Tschüssi Kowski!